Im großen Lager bilden politische Häftlinge geheime Komitees, in denen sie versuchen durch gegenseitige Unterstützung das Überleben möglich zu machen. Im April 1945 rückt die US-Armee nach Thüringen vor und nähert sich Buchenwald. Sie beendet die SS-Herrschaft auf dem Ettersberg. Nach der Flucht der SS vor den amerikanischen Panzern besetzen Häftlinge der Widerstandsgruppen die Wachtürme und das Lagertor. Und da war erstmal ein komisches Signal, das hieß Feindalarm, wie man dazu sagte. Und danach, ganz kurz, war eine heißere Stimme des Rapportführers, der sagte, sämtliche SS-Angehörige sofort aus dem Lager. Und nun hatte man also furchtbare Angst, was geschieht jetzt. Und dann guckte ich aus dem Fenster und da sah ich etwas, was ich gar nicht glauben konnte, aber es war wirklich wahr. Ich sah einen Häftling, einen Funktionär, seiner Kleidung nach, mit einem Gewehr über der Schulter. Ein Gewehr, ein Häftling, ein Gewehr, das ist unglaublich, aber es war wahr. Und dann kurze Zeit später kam es durch den Lautsprecher eine ganz andere Stimme als vom Rapportführer und sagte, Kameraden, das Wort Kameraden, das hat das Mikrofon tatsächlich angenommen. Man hat das sprechen können und das ist durch die Lautsprecher gekommen. Kameraden, wir haben das Lager in unserer Hand. Das Konzentrationslager Buchenwald, gefilmt von amerikanischen Soldaten, fünf Tage nach der Befreiung. Etwa 21.000 Männer haben die Ankunft der Amerikaner erlebt. Kurz vorher hatte die SS über 27.000 Häftlinge auf Transporte in die Konzentrationslager Flossenbürg, Theresienstadt und Dachau getrieben. Während das Lager Buchenwald befreit wird, kommen noch über 10.000 Menschen bei diesen Todesmärschen um. Diese Überlebenden aus vielen Ländern, unterschiedlichen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen, haben endlich die Zeit hinter sich, in der sie als Opfer der Nazi-Ideologie eingesperrt und permanent mit dem Tod bedroht wurden. Im Gegensatz zum großen Lager geht im kleinen Lager das Sterben auch nach der Befreiung weiter. Für viele kommen Lebensmittel und Medikamente zu spät. In den ersten Tagen sterben täglich etwa 100 Menschen. Auch über 900 Kinder und Jugendliche erleben die Befreiung. Politische Häftlinge hatten für sie eigene Unterkünfte geschaffen und ihnen Essen organisiert. So konnten sie das Konzentrationslager überleben. durch Sie habenRA gelesen. Stop mit Bsun euch selber. Und das zu können sich selbstverständlich gegen unsere Liebreung anslivable 하루 verdient. Wir brauchen die Befreiung an焦 bizi aber genommen. Sie haben nur die Befreiung. IBD- Technik